Hallo Leute, willkommen auf meiner Meinung nach der Sky zum Jahre 2021. Erstmal, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und ihr genießt das neue Jahr. Ich hoffe mal, das neue Jahr wird besser. Und nochmal fettes, fettes Dankeschön für 5000 Abonnenten, die wir noch am 31.12.2020 erreicht haben. Krass, oder? Fettes Dankeschön an euch. Aber jetzt kommen wir zum Hauptthema, denn das Video beschäftigt sich weder mit den 5000 Abonnenten noch mit dem Jahr 2021. Wir beschäftigen uns mit der Fragestellung, wie geht es für den Kanal der Sky weiter? Und das ist ein Moment, wo ich bei euch bitte, hinterlasst alle bitte gerne einen Kommentar zu dem folgenden Thema und eure Meinung. Das würde mir echt viel bedeuten. Also, letztendlich geht's mal los. Wir haben den Kanal der Sky, das seht ihr gerade hier im Hintergrund. Das ist ein toller Kanal mit einer tollen Community, das muss man einfach wirklich mal sagen, und 5000 Abonnenten. Aber das spielt erstmal überhaupt keine Rolle, das wollte ich nur mal erwähnen, deswegen nochmal fettes Dankeschön für 5000 Abonnenten. Ja, letztendlich habe ich das Problem, dass ich hier viele, viele Sachen habe, die sich immer nur auf die Unreal Engine beziehen. Abgesehen jetzt mal von dem Podcast, von dem Werbeding für diese Engine hier, die vielleicht für manche von euch interessant sein sollten. Oder vielleicht könnte, gerade für die fortgeschrittenen Leute, die ein Simulationsspiel machen wollen. Letztendlich haben wir dann hier noch ein paar Dinge wie Weihnachten, dann noch das Jahresrückblicksvideo, was jetzt nicht direkt mit der Unreal Engine zu tun hat, aber mit dem Kanal. Wir haben hier Battle of Decay und die Unreal Engine. Wenn ich euch frage, worum geht's bei diesem Kanal hier, sagt ihr Unreal Engine. Und hier startet das Problem. Und zwar ist es so, dass die Unreal Engine zwar schön und gut ist, aber das Problem ist bei einem YouTube-Kanal, das kann ich mal jedem sagen, sollte man immer sich selber bewerben. Seine Marke, der Sky. Und das Problem ist hier, das mache ich nicht. Das ist halt, wenn ihr euch eine Wippe vorstellt oder eine Waage, dann wäre jetzt ganz links die Unreal Engine und ganz rechts alles andere. Und das Problem ist, die Waage würde übelst links ausschlagen. Heißt also, sie würde runtergehen und komplett auf dem Boden liegen, weil aktuell bewerbe ich hier nur die Unreal Engine. Denn wenn ich auf meine letzten Videos gucke, ist das hier alles nur Unreal Engine. Ist das schlimm? Nein, ist es nicht schlimm, aber es ist halt nicht gut für die Zukunft von meinem Kanal. Und das ist halt eine Sache, die ich noch gerne ansprechen wollen würde, oder ne? Auf den... Oh, hier ist gerade das Neues hier. Okay, das ist das letzte Jahresvideo. So viel dazu. Der Punkt ist, ich würde gerne hier auf diesem Kanal weitere Videos machen. Real-Life-Videos, vielleicht ein paar Gameplay-Videos. Unter Umständen, ja, Live-Gaming-Streams würde ich auch gerne hier. Hier sehen wir zum Beispiel Call of Duty. Das würde ich auch gerne machen. Und da würde ich erst einmal gerne eure Meinung noch hören. Grunde genommen kann ich direkt sagen, es wird sich an dem Unreal Engine Content nichts ändern. Wir haben die Free-for-the-Monster-Videos, die kommen werden. Wir haben die Community-Showcase, die kommen. Wir haben den immer sonntags um 20 Uhr Unreal Engine Level Design Livestream. Wir haben die Random Level Design Livestreams. Und wir haben natürlich auch noch die BOD-Updates. Und deswegen wird sich auch für die Kanalmitglieder hier nichts ändern. Es kommen nur, oder ich sag mal so, wir legen eine Schippe oben drauf. Das bedeutet, es kommen noch Random Gaming Livestreams und es kommen noch Gaming-Videos. Jetzt ist halt die Sache, hier mit dem Zweitkanal, wo nur Gaming-Videos laufen, das ist gut. Das ist wirklich gut. Aber die Frage ist halt, ob es sich nicht mehr lohnt, das hier drauf zu machen. Und jetzt können wir ja sowohl pro als auch contra argumentieren. Und das ist ein Problem. Nur irgendwie müssen wir halt irgendwie die Schippe noch auf die andere, also auf die rechte Seite ein bisschen was aufschippen. So, dass wir hier auch noch von der normalen Community was haben und nicht nur Unreal Engine Community. Das ist natürlich, wird es hier wie gesagt mit der Unreal Engine weitergehen wie vorher auch. Aber es kommen eben weitere Sachen hinzu. Das war jedenfalls mein Plan. Und das ist halt die Dilemma-Situation. Wie soll ich das machen? Soll ich jetzt das hier machen, also der Sky, oder soll ich das bei der Sky Spelunke nur machen? Das bedeutet aber, ich muss irgendwas hier auf der Sky, irgendwas anderes noch machen, damit wir nicht nur in diesen Unreal Engine, in dieses Unreal Engine Dilemma reingeraten. Und ja, warum ist das ein Dilemma? Ganz einfach. Ihr könnt nicht hundertprozentig nur Unreal Engine machen. Irgendwann ist das ausgelutscht oder irgendwann ist es wirklich bei euch auch vorbei damit. Und dann haben wir ein Problem, weil dann ist der Kanal für den Arsch. Dann kann man den Kanal wegschmeißen. Weil dann haben wir ja nichts anderes außer die Unreal Engine. Und wenn es damit mal vorbei ist oder das Thema ausgelutscht ist, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder hört man hier mit dem Kanal auf, also vielleicht in fünf Jahren oder so hört man damit auf. Oder man hat das so, dass man sich auf ein anderes Fachgebiet spezialisiert. Unreal Engine zum Beispiel 3D. 3D-Modeling. Irgendwie sowas. Habe ich jetzt nicht vor, keine Sorge. Aber der Punkt ist, dass würden vermutlich 50% aller Zuschauer wieder wegfliegen, weil es ein komplett anderes Thema ist. Und das ist halt ein riesiges Problem. Und darüber mache ich mir die ganze Zeit Gedanken. Auch wenn ich jetzt irgendwie Merch verkaufe oder Gewinnspiele mache, wo ich der Sky, irgendwie hier so die Der Sky Sachen bewerben will. Da habe ich ja auch einen Merch-Shop. Das wisst ihr ja, der eine oder andere. Und dort habe ich ja auch ein paar Waren. Ich lade dir mal kurz nebenbei. Hier, so sieht das Ganze aus. Und dort habe ich mir ja übrigens das T-Shirt bestellt und den Hoodie. Und ich bin mal gespannt. Also hier diese zwei Waren. Ich gucke mir das auch mal an. Werd euch auf jeden Fall mal ein Update-Video dazu machen. Spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Wenn ich hier das euch gebe als Gewinnspiel. Zum Beispiel, ihr würdet jetzt eine Der Sky Maske gewinnen. Und ihr würdet ein Der Sky T-Shirt oder ein Der Sky Hoodie bestellen. So, oder gewinnen, eher gesagt. Zum Beispiel, ihr würdet jetzt, keine Ahnung, den Hoodie hier gewinnen. Das ist der teuerste Hoodie. Das ist der Premium Hoodie, gute Qualität, bla bla bla. Interessiert auch keinen Schwein. Aber hier steht was drauf? Der Sky. Aber womit bringt ihr den Kanal in Verbindung nur? Mit Unreal Engine. Also bewerbe ich hier mehr die Unreal Engine als mit dem Namen Der Sky. Heißt im Umkehrschluss, eigentlich ist dieses Merch hier komplett unnötig, weil hier Unreal Engine draufstehen müsste. Technisch gesehen. Wenn ihr mal ehrlich seid, ist ja so. Wir müssten eigentlich Unreal Engine draufschreiben. Dürfen wir aber nicht machen. Unreal Engine zu bewerben, hat hier keine Zukunft. Während die neue Marke Der Sky und jeder YouTube-Kanal, den ihr macht, ist eigentlich eine Marke, wenn man es mal wirtschaftlich betrachtet. Der Sky zu bewerben, eine Zukunft hätte. Und jetzt kommt die Frage. Was haltet ihr davon? Auch noch Gaming-Videos hier drauf zu machen. Sprich also, dass wir zum Beispiel montags ein, oder dienstags ein Unreal Engine-Tutorial machen. Montags oder Mittwochs kommt ein Gaming-Video oder ein Livestream da irgendwie in der Hinsicht. Freitags kommt dann dies und das. Und sonntags kommen dann immer halt entsprechend die 20-Uhr-Level-Design-Livestreams. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne mal bitte in die Kommentare. Also wirklich jeder Zuschauer kann gerne mal bitte das in die Kommentare reinschreiben. Weil das ist halt eine Frage, die extrem wichtig ist. Habt ihr einen Vorschlag, den ich direkt beantworten kann? Schreibt es gerne. Oder eine Meinung. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr, ich sag mal, mehrere Vorschläge habt und so ein relativ kreativer Mensch seid und sagt, ich hab mehrere Ideen, ich will den Kanal auch pushen, ich will dich da unterstützen, könnt ihr mich auch gerne privat in Discord anschreiben. Das geht absolut, ist wirklich überhaupt kein Problem. Liebend gerne könnt ihr das machen bei dem Thema, weil das hier ist mir ein extrem wichtiges Thema. Hier geht es um mich, hier geht es um euch. Und das will ich halt so hinbekommen, dass wir alle zufrieden sind. Und deswegen schreibt es gerne unten in die Kommentare oder mir privat über Discord dann entsprechend, wenn ihr mehrere Ideen habt. Bitte nicht nur eine, sondern mehrere Ideen dann. Dann schreibt es hin und ich werde es kommentieren, ich werde es durchlesen und wir werden zusammen brainstormen. Weil das ist eine Dilemma-Situation, die ich hier habe. Wenn ich das eine hier auf der Sky mache, kann sich einiges ändern, ja. Gerade auf die Zuschauerbase. Grunde genommen haben wir es sogar hier. Also das Ganze startet ja eigentlich mit Gaming-Videos. Von daher wäre es nicht so schlimm, weil ich nur viele Gaming-Community-Abonnenten habe. Aber es ist halt eine riesige Dilemma-Situation, weil keiner weiß, wie es wirklich richtig wäre. Keiner weiß, wie man das Volker machen könnte. Wenn ihr wisst, wie ich die Marke der Sky ausbauen kann oder wenn ihr eigene Ideen habt, schreibt es gerne unten rein, wie gesagt, in die Kommentare. Ich wäre auf euch auf jeden Fall extrem dankbar dafür. Und ja, da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall soll es in der Zukunft auch Gewinnspiele geben, wo man hier solche Produkte gewinnen kann. Deswegen auch Energydrinks wieder. Also ich habe ja mal Energydrinks hier angeboten. Und was heißt hier angeboten? Schon mal verlost. Habe ich das schon mal verlost? Ich glaube, ich habe das schon mal verlost. Auf jeden Fall haben die DCL-Mitglieder, also die The Sky Haupt-Community, das Team sozusagen, oder das ehemalige Team, hat halt entsprechend diese Energydrinks bekommen. War auch sehr zufrieden. Das sieht einfach geil aus, diese Dose. Das sieht einfach genial aus, das Design. Aber die müsste ich halt nachbestellen. Das würde ich dann seit, ich glaube, eigentlich zwei Jahren ist das schon her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Wäre das her, aber ich würde es dann nachbestellen. Und wir gucken mal weiter. Schreibt bitte etwas in die Kommentare, inwiefern ihr davon was haltet. Und was für Ideen ihr hättet. Das Problem ist eben mit der Sky-Spielunke. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll wäre zu machen. Andererseits wäre es schon sinnvoll und hier wäre es dann aber auch sinnvoll. Aber irgendwas müssen wir auf der Sky machen, was nicht auf die Unreal Engine bezogen ist. Und dann würde ich halt schon sagen, vielleicht wirklich Let's Plays, Gaming oder sonst was. Aber ich habe da wirklich keinen Plan, ob ich das so machen sollte oder nicht. Und das ist halt so eine übelste Dilemma-Situation. Da werde ich auch noch einige andere Leute fragen, was die davon halten. Einfach um so eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zwanzigste Meinung zu hören. Weil das ist ein Problem, was viele entscheiden müssen, ja. Und das ist nicht nur eine Sache. Letztendlich muss ich es entscheiden. Aber das ist halt eine Sache, wo man sich den Rat von vielen holen sollte. Weil das ist halt eine Dilemma-Situation. Egal, ich wünsche euch noch was. Geh, habt doch einen schönen Rutschen, ein schönes neues Jahr. Und wir sehen uns. Bitte teilt mir euren Rat, eure Meinung mit in den Kommentaren. Und wenn ihr mehrere Dinge habt und halt wirklich krass unterstützen wollt, mit mehreren vielen Ideen, mit Voraussetzungen, ihr habt viele Ideen, schreibt mich gerne auch privat einfach auf Discord an. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.